Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder ein ganz einfaches und schnelles Rezept und zwar einen Bohnensalat mit zweierlei Bohnen, weißen Bohnen und Backsbrechbohnen. Wenn Sie Interesse haben, dann bleiben Sie dran. So, als allererster bereiten wir Dressing vor. Dafür habe ich schon eine große Zwiebel klein geschnitten und in 50 Milliliter Öl, bisschen angeschwitzt, also schöne gelbbraune Farbe bekommen. So, dann fügen wir jetzt 100 Milliliter Sauerkraut hinzu, 1 Esslöffel Kräuteressig, eine gute Prise Zucker, so ungefähr 1 Esslöffel. Wir können später ja noch abschmecken. So, dann bräuchten wir noch 1 Teelöffel Knoblauch-Kräuterpfeffer von Saat und Lehmann. So. Und 1 Esslöffel Salatkräuter. Jetzt verrühren wir das Ganze. Dann mache ich noch ein bisschen Salz rein. So einen halben Teelöffel. Jetzt kommen noch unsere Bännchen rein. Jetzt kommen noch unsere Bännchen rein. Und das Ganze wird umgerübt. Ruck zuck und unser Salat ist fertig. Schauen Sie mal. Mmh. Lecker sieht das aus. Vielen Dank, dass Sie mich heute besucht haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Irina. Das geht's. Das geht's. Das geht's. Das geht's.